Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Duell, alle gegen fort und diesmal ändert sich ein bisschen was bei diesen ganzen Duellen, denn wir sind viel, 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 viel kritisiert worden zu diversen Sachen und deswegen das wollten wir natürlich nicht so stehen lassen. Wir wollten natürlich was ändern, wir wollen natürlich das Format auch immer ständig weiterentwickeln und deswegen haben wir uns wirklich sehr, sehr, sehr viel Arbeit gemacht, sehr, sehr gute Duelle zustande zu bringen. Viele Duelle auch vorgeschlagen wurden von der Community, da wurde auch heiß diskutiert darüber, ob diese Duelle Sinn machen oder nicht. Schlussendlich haben wir uns jetzt dafür entschieden, wie sie sind und ich denke mal, das ist wahrscheinlich das beste Duell, was wir jemals zusammenbekommen haben. Also jetzt, da gibt es eigentlich nichts, was dagegen spricht und ich würde sagen, ja, wir schauen uns einfach mal die Duelle direkt an. Da haben wir einmal, ja, die Power-Duelle, wenn man so möchte oder das Power V8 Muscle Car-Duell, ja, Ford Shelby GT500 gegen Camaro ZL1. Das ist, ja, was will man mehr? Also wenn es nur um die Viertelmeile gehen würde, wären die auf jeden Fall schon mal ein guter Standard, um damit zu beginnen. Dann geht es ein bisschen, ja, Offroad-mäßig zu. Wir gehen hier ein bisschen in den Dreck und zwar haben wir einmal hier den Ford Ranger T6 Rally Raid und der wird herausgefordert vom Ford Rockstar F-150 Trophy Truck. Also ich denke mal, da haben wir für den Ford einen wirklich guten Duell-Partner gefunden an der Stelle. Und dann natürlich, das Duell darf nicht fehlen, eigentlich das Spitzenduell, ja, weil von beiden Marken das absolute Spitzenfahrzeug Ford GT, das ultimative Supersportcar von Ford, wird hier herausgefordert vom ultimativen Hypercar von Ferrari. Also das passt auf jeden Fall auch richtig, richtig gut zusammen. Da wurde auch lange in den Kommentaren immer diskutiert, dass das eigentlich so das sinnigste Duell ist. Also ich meine, guckt euch mal diese schnittigen Formen an, also wenn das nicht super zusammenpasst, dann weiß ich auch nicht. Dann natürlich ein Duell, was auf den ersten Blick erstmal, wo man erstmal denkt, hm, okay, komisch, aber da muss man einfach mal ein bisschen auf die, ja, die Power schauen dieser Fahrzeuge und vor allem auch aus welchem Jahr sie sind, nämlich so um die, um die 2000er Wende, beides die absoluten Spitzenmodelle. Und ich meine, hier muss man auch ganz klar sagen, der Diablo, der Stier schlechthin gegen das Pferd schlechthin, der Mustang. Und zwar hier konkret gesagt, Ford SVT Cobra R gegen den Lamborghini Diablo Super Veloce. Ja, dann kommen wir zum, ja, Power-Duell der kleinen Bieser, beides Hot Hatches, beides Power Hot Hatches. Ford Focus S gegen Honda Civic Type R. Ja, also quasi Ford EcoBoost gegen Honda VTAC. Kickt in, yo! Ähm, ja, ich bin mal sehr, sehr gespannt, wer hier die Nase vorne hat. Ja, und last but not least haben wir ein Fahrzeug, beziehungsweise zwei Fahrzeuge, die wirklich auch auf Augenhöhe sind. Denn beide um die 2010er Jahre herum und man denkt jetzt auch erstmal, hm, das sieht ein bisschen komisch aus, wie passen die zusammen? Aber im Prinzip ist es sehr offensichtlich, wie die zusammenpassen, denn von beiden gibt es tatsächlich Polizeimodelle, werden im Polizeieinsatz eingesetzt. Also das sind Fahrzeuge, die auf jeden Fall auf der Autobahn ihr Tempo beweisen können. Beide auch V8 angetrieben, beide Heckantrieb, also vom Typus her absolut identisch. Natürlich geht das ganze Format nicht alleine, deswegen haben wir wieder mit dabei Arkois, Belonun, Dead Second, Flyer Racing, Trap Wolves, Higi, Moritz, Müllsumpf, Paddy und Terra Dead. Grüß euch! Morgen! Morgen! Guten Tag! Ja, und wie immer beginnen wir diese Duelle selbstverständlich mit einem Track Race. Ja, und ich habe heute auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Duelle. Ich glaube, es kann natürlich sein, dass das eine oder andere Fahrzeug vielleicht alle Duelle gewinnt, aber ich gehe halt davon aus, das hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit, dass diese Duelle halt in Bruchteilen von Sekunden nur sich unterscheiden. Deswegen ist es natürlich immer so eine Sache. Aber es wird auch viele andere Änderungen geben, nicht nur bei der Auswahl der Fahrzeuge, haben wir uns natürlich sehr gerne kritisieren lassen und sehr gerne auch jetzt verbessern lassen, sondern auch an diversen Duellarten, wie wir das ausführen, wird es Änderungen geben und aber auch eine Auswahl der Fahrer. Wir haben ja bis jetzt in Horizon 3 immer versucht, relativ gleichstarke Fahrer auf die Fahrzeuge zu setzen, um da möglichst einen guten Wert rauszufinden, aber auch da war es einfach so, dass viele gesagt haben, hey, dieser Zufall der Fahrer, beziehungsweise der Zufallsgenerator, der in Horizon 2 da mehr zum Einsatz kam, hat einfach viel, viel mehr Sinn gemacht. Die Duelle waren da viel, viel ausgeglicher, ausgewogener und außerdem hat ja der Zufallsgenerator in den meisten Fällen, ich würde sagen, schon eigentlich fast immer recht behalten. Und deswegen haben wir diese Entscheidung getroffen und es war nicht einfach. Andi ist ein sturer Bock, muss man sagen, aber wir haben jetzt viel auf ihn eingeredet und auch dank euren Kommentaren, die sehr kritisch waren, hat er jetzt doch endlich auch gemerkt, dass die Duelle, die er bis jetzt immer zusammengestellt hat, eigentlich zum größten Teil Bullshit war. Ja, da muss ich mich auch tatsächlich öffentlich einfach auch nochmal entschuldigen, weil es tut mir wirklich leid, was ich da teilweise fabriziert habe. Ich habe es mir nochmal angeschaut, es war unfassbar schlecht. Also was ich da, ich meine, allein letztes Mal, die NSX gegen die Supra, die hat da die Supra alles verloren, wie konnte ich nur. Ja, aber ich sage immer, eins ist ja, ist ein Weg aus der Macht an, die diese Duelle noch nicht so lange, der hat noch nicht die große Erfahrung. Ich habe ihm das Vertrauen geschenkt und ich denke, ja, als Community müssen wir ihm das Vertrauen auch irgendwo schenken, das ist schon richtig so. Und ich stecke da ja auch nicht wirklich viel Zeit rein, also ich mache dazu, 30 Minuten pro Duell. Aber jetzt hast du dir halt tatsächlich mal richtig viel Zeit genommen. Jetzt hast du dir, glaube ich, fast zwei Wochen Zeit gelassen und jedes Duell wirklich, wirklich sehr, sehr tiefgründig gesucht. Ja, ich habe auch, ich habe auch tatsächlich jedes Fahrzeug auf jeder Strecke in diesem Spiel gefahren, um da wirklich, also alle Fahrzeuge generell, um wirklich die perfekten Duellpartner zu finden. Also das ist wirklich... Ja, und man muss auch sagen, das wird der neue Standard sein, Leute. Das wird der neue Standard sein, also Kritik, braucht ihr jetzt eigentlich nicht mehr sagen. Also ich glaube, das Ding ist perfekt, so wie es jetzt ist. Was meint man, ob ich letzte Woche nicht da war. Ja, genau, eben, du hast die Sachen vorbereiten müssen, das ist eine ganz klare Sache. Und ja, da kommen wir auch eigentlich noch zum nächsten Punkt, was sich verändern wird. Viele haben auch gesagt, ja, vergleiche schön und recht, aber es gibt halt so Sachen, die sind einfach langweilig und unnütz. Und das ist eigentlich auch jetzt das, was jetzt kommt. Also gut, der Flugtest, den lassen wir natürlich drin, der ist schon wichtig, aber einen Bremstest brauchen wir nicht, weil das ist einfach langweilig. Gas geben, wieder stehen bleiben, das hat im Vergleich eigentlich nichts zu suchen, das ist langweilig, das geht zu lange. Wir wollen mehr Rennaction sehen, nämlich auf dem Track... Außerdem hat man dann auch mehr diesen Vergleich nochmal, ja? Einfach das nochmal überprüfen, stimmt das? Oder vielleicht hat dann doch die menschliche Komponente irgendwie versagt, was aber jetzt, denke ich, durch die Zufallsgenerator-Entscheidung eigentlich nicht passieren kann. Aber ja, ich finde es ganz gut und mal gucken, wie es ist. Also die anderen, die sind auch ganz still, die sind auch noch ein bisschen geschockt vor diesen massiven Veränderungen, aber ich glaube, Higi hat auch schon so, wo wir jetzt eben verklickert haben, was wir heute vorhaben, wow, 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 hat er auch schon gesagt, ja, das wird jetzt aber auch mal Zeit, ne? Macht einfach mehr Sinn. Ich glaube nicht, das machst du in der Lobby-Verschreck. Ich auch. Das teilt ja alle raus. Ja. Ja, ich auch. Aber ich bin schon merkt schon, dass der 1.50 nur drei Gänge hat. Die Lobby ist abgeschlossen, tatsächlich. Also persönlich, Andi... Ja, aber alle sind noch in der Gruppe, da kann ich ja jetzt einfach nur neue Sessions starten. Ja, bitte, Morgens. Also wirklich auch toll ausgesucht. Ich finde auch, zwei Sekunden Unterschied bei einem Drag Race, zwischen hybridem EcoBoost, das macht nix aus. Also ganz ehrlich, zwei Sekunden... Danke auch an die Zuschauer. Zwei Sekunden auf dem Drag Race ist äquivalent zu zwei Sekunden auf der Nordschleife, was heißt, man kann das durchaus machen. Ja, das ist tolerabel. Aber du musst noch erwähnen, zwei Sekunden Drag Race zu Nordschleife, aber bei der Viertelmeile. Wir haben hier eine ganze Meile, das muss man überlegen. Das ist ja fast schon ein Tausendstel. Und zwei Sekunden ist wirklich nicht viel. Eins, zwei, vorbei. Ja, richtig. Das ist richtig. Deswegen, also... Ich glaube, das wird richtig spannend heute. Ja. Man muss natürlich klar sagen, wir können jetzt halt nicht so oft dann solche Duelle mehr bringen, weil es viel, viel mehr Zeit braucht. Aber wenn sie dann kommen, dann wisst ihr, das ist ein Schlag in die Fresse auf jeden Fall. So, Moritz hat die Gruppe verlassen, steht jetzt bei mir, aber... Super. Man hat auch gemerkt immer, ich bin ja relativ oft gegen dich, Ray, gefahren, und man hat immer gemerkt, das war ziemlich unausgeglichen zwischen uns beiden. Ja, absolut. Ja, deswegen bin ich ja jetzt auch dabei, also gegen Ray zu fahren. Man braucht ja auch mal abwechseln. Ja. Macht ja keinen Sinn sonst. Also ich kann aktuell tatsächlich keine Sitzung starten, das ist ein bisschen schade. Also machen wir mal ausnahmsweise bei diesem doch sonst perfekten Format, aber die Technik ist natürlich entweder so was anderes. Vielleicht müssen wir das in Zukunft einfach in The Crew 2 machen. Die haben ja eine ziemlich große Multiplayer-Lobby. Aber wir probieren es jetzt trotzdem mal durchzuziehen, deswegen machen wir mal einen kurzen Cut und dann hoffen wir, dass wir die Lobby gleich wieder stabil bekommen, dass wir unser zweites, sehr wichtiges Track Race auch noch zustande bekommen. So, nach einem kurzen Cut für euch kommt jetzt nun das zweite Track Race, um einfach nochmal das zu bestätigen, was wir gerade eben gesehen haben. Das könnte ja, wie gesagt, was falsch gelaufen sein. Der eine oder andere hat sich auch nochmal umbenannt vom Namen her, weil er denkt, das fällt nicht auf, aber mir ist aufgefallen. Egal. Auf jeden Fall, das geht es nicht. Jetzt gucken wir mal, wie das Ganze so funktioniert. Beim zweiten Mal. Die gelben starten zusammen, sehe ich gerade. Ja. Ja, der Gegner vom... Oh, ich hatte einen besseren Start auf jeden Fall. Ja, der Gegner... Ich wollte gerade sagen, der Gegner vom Ort. Hast du langst und so lange gefahren? Nee, ich bin vorhin ohne Elektromotor gefahren, tatsächlich. Ich habe den ausgemacht. Ja, ich habe den ausgemacht. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, ja. Was, das hat nur drei Gänge? Ach nee. Das ist doch gerade eben auch schon schwierig und beschwert. Das hast du gerade eben schon gesagt, oder nicht? Ja. Ja, man vergisst das auch mal. Man muss auch dazu sagen, der Cut war tatsächlich ein bisschen länger. Halbe Stunde. Ja, circa eine halbe Stunde, weil die, ja, Xbox Live war down. Und zum Glück kam es gleich wieder. Manchmal kann das ja auch länger als nur eine halbe Stunde gehen. Aber, ja, wir lassen uns natürlich nicht davon unterkriegen, dieses Duell alle gegen Ford voranzubringen. Und wie schon eben erwähnt, wir werden kein Bremstest machen. Das ist unnötig. Wie gesagt, auch langweilig. Das haben auch immer ganz viele geschrien mir in der Kritik. Aber ich will jetzt auch nicht ständig sagen, was wir, was, was, was kritisiert wurde. Wir wollen eher das Neue zeigen, das Bessere zeigen. Und deswegen ist es auch so, dass, ähm, ja, auch jetzt eigentlich auf den Topspeed-Vergleich direkt mehr oder weniger verzichten, weil wir fahren jetzt zwar rüber zur Autobahn, aber ich würde sagen, es ist eigentlich viel cooler, wenn die zwei Duell-Partner einfach gleichzeitig losfahren und der erste, der halt beim Kreisverkehr ankommt, ähm, gewinnt das Duell, würde ich sagen. Das ist doch viel besser. Ja. Oh, das ist ja auch viel sinnvoller, weil dadurch wird ja auch nochmal die Beschleunigung getestet. Genau, einfach... Müssen wir die Autobahn benutzen? Auch, auch vor allem das... Jaja, wir stellen uns auf und dann quasi unter dem Schatten ist die Ziellinie. Aber es wird die langsam entstanden vorne, oder? Und so. Ähm, ja, ja, das könnte ja machen. Das ist ja eigentlich egal. Ich meine, das ist eine Autobahn, die hat ja schon mehrere Spuren. Da kann man, da kann man, äh, auch überholen und so weiter. Ich stecke in den Solarfeldern fest. Da stehen bei ich zwar nicht, aber... Also mein Partner fehlt auch noch irgendwie. Also trotz Imo-Tor bist du auch wieder nur zwei Sekunden schneller gewesen, also muss ich auch sagen, weil... Ja, dann hast du ja jetzt nochmal mit deinem Eco-Boost bisschen gedreht, ne? Ja, und Turbo auch. Ja, das ist ja schon cool. Ja gut, ich zähle einfach an. Drei, zwei, eins, go! Achso. Alle auf einmal los. Ja, halt immer die nacheinander. So, jetzt. Drei, zwei, eins, go! Drei, zwei, eins, go! Drei, zwei, eins, go! Oh, wie knapp. Moritz, das liegt einfach daran, ich habe ja auch Vierzylinder abschalten. Deswegen. Das war geil. Abschalten. So, ja, dann. Ja, so. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins, go! Drei, zwei, eins, go! Drei, zwei, eins, go! Oh, sorry. Ich warte mal, das ist ja voll unfair. So, jetzt kommen wir jetzt auch. Gucken wir mal, wer gewinnt. Ja, da hat er uns dann ausgesetzt. Ja, Lenkung, Lenkung, Lenkung. Also ich bin ja mit dem Andi fast immer noch gleich auf. Er ist ein bisschen vor mir. Ja, ich glaube, ich sehe dich noch. Ja, ich sehe dich auch noch. Jetzt nicht mehr jetzt bist du über den Hügel drüber, aber ich bin jetzt auch schon über den Hügel. Ja. Der City hat mir einfach in der Stoßstange klebt, das ist unfassbar. Also auch da, wenn ich an die Zuschauer, ich danke euch allen, dass ihr so super ausgesucht habt. Ja, ich finde, das macht es auch mega Spaß, wie knapp das jetzt auch einfach ist. Also man sieht halt jetzt auch gerade beim Geschwindigkeitstest direkt, wie knapp es einfach ist. Wie kannst du klettern aus dem Wald? So fühle ich mich gerade, ein bisschen klette. Ja, ich bin halt mega eng an dir dran, ne? Ist krass, passt. Ja, doch, ja, gern. Hier, glaube ich, mehr dazwischen. Alter, Skinny Jeans ist dein Begriff. Boah, jetzt muss man halt auch tatsächlich aufpassen, wie man die Chore am Ende nimmt. Ja, klar, das ist jetzt entscheidend. Da ist halt quasi der Kurvenlagentest halt auch noch mit dabei. Ja. Performance auch noch. Also eigentlich auch direkt ein Sprintrennen. Ja. Das ist schon cool. Finde ich auch besser. Also da muss ich auch nochmal sagen, danke für den Tipp, dass wir das jetzt so machen. Aber da können wir doch eigentlich für das nächste Mal doppelte Punkte machen, oder? Das wäre halt Zeitwerk auch mal die Durchsgeschwindigkeit. Ja, und ich habe mir auch überlegt, einen Preisvergleich mit reinzunehmen hier. Da könnte man ja einfach quasi den Preis als Startzeit vorgeben. Also wer halt billiger ist, darf ein bisschen früher losfahren. Oh ja. Einfach mal zu diesem Preis-Leistungs-Niveau. Aber auch nochmal ein bisschen besser zu, ja, hervorzuheben. Lugt sich das hier, ein Bulli-Belett-Aus-Kaufen. pro 1000 Credits Unterschied, eine Sekunde, oder? Ja. Je nachdem, je nachdem 2 in halb Sekunden. Okay. An den Fokus-RS, das war jetzt echt ein knappes Duell. Das war echt knapp nochmal. Das ist mit dem M3 und dem Ground Victoria, das ist so eng. Ja, aber bei Ray und mir war es wirklich knapp. Oder das mit den 2-Off-Rollern, das war auch richtig knapp. Wenn der Verkehr sich jetzt nicht eingemischt hätte, muss ich sagen, dann hätte man wahrscheinlich wirklich einen Fotofinish nochmal machen. würde ich hier die Zeitlupe rauszuholen müssen. Egal, auf jeden Fall, die Duelle, wie gesagt, bis jetzt gefällt es mir richtig gut. Könnt ihr auch gerne schon mal in die Kommentare schreiben, wie ihr bis jetzt das neue verbesserte Format, also nicht nur die neuen, verbesserten, ausgesuchten Duelle, das ist ja schon cool, aber auch diese veränderte Konstellation, wie die Fahrer ausgesucht werden und wie eben die Duelle jetzt stattfinden, gemacht werden. Das finde ich schon ganz cool. Als nächstes machen wir natürlich, das haben wir auch gesagt, weil, klar, Rundkurs und so weiter, machen wir weiterhin, aber viel wichtiger, das war auch von vielen sehr, sehr wichtig, man muss halt die Fahrzeuge auch mal ein bisschen im Extrem testen und deswegen haben wir gesagt, Rundkurs ja, aber es muss halt auch, der Untergrund muss halt ein bisschen auch entsprechend, ja, was hergeben. Man muss ja auch mal die Extrem testen für das, was die Fahrzeuge vielleicht gar nicht gebaut wurden, also für ganz andere Untergründe, ist natürlich jetzt für die Rally-Rates gut, aber auch die werden wir natürlich noch auf Untergründe schicken, wo sie vielleicht nicht so effektiv stark sind. Deswegen machen wir das jetzt halt mal, mal gucken. Also es ist natürlich auch ein Test, aber ich denke mal, wir haben das im Vorfeld so ausführlich offscreen auch ein bisschen getestet und so weiter und da waren wir uns relativ schnell dann einig. Selbst eben Andi, der große Kritiker, war dann relativ schnell überzeugt und hat gemerkt, okay, pass auf, so machen wir das jetzt. Man muss ja halt auch einfach testen, wie die Dinger Offroad gehen. Also was will ich bitte mit dem Supersportwagen, wenn ich damit nicht in Dakar antreten kann? Aber Ford ist doch bekannt für den Rally-Sport. Ja, eben. Vor allem die Flocken und Supersportler. Ferrari ist ja auch mal Rally gefahren und wollte sogar in die Gruppe B damals. Also es ist ja nicht alles so verkannt, deswegen und ja, ich finde schon wichtig. Ja, da muss man testen, wie viel von den Genen übrig geblieben ist. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass mein Internet voll da bleibt. Entschuldigung, ich wollte noch einmal kurz fragen. Ja. Ähm, ich wurde, ich bin ja New York Taxifahrer und ich war ein bisschen verwundert, als mich einer von euch, vielleicht war es einer von euch, als jemand mich angerufen hat, dass ich aus New York hier nach Australien fahren sollte mit meinem Taxi. Durch den Ozean durch. Ja, durch den Ozean und ich wusste jetzt nicht, dass wir Rennen fahren. Kriege ich dann ein doppeltes Gehalt? Äh, das kann ich erklären. Ich wollte einfach mal wissen, ob sie es machen. Ja, für das gewisse Gehalt tue ich es gerne. Nö, kriegen sie nicht. Och, schade. Das müssen sie sich jetzt verdienen. Tschüss. Deswegen fahren sie auch die Rennen mit. Ah, okay. Gut, dann können wir dann. Ja. Bauen wir mit Kollision. Nee. Gut, weil sonst kann ich jetzt stehenbleiben, so wie mein Internet gerade ist. Joah, Mann, es gibt jetzt Essen bei uns. Ist ja gut, Türklinge. Irgendjemand ist nicht dabei. Es gibt Essen bei uns, heißt so viel wie der Pizzabode ist gerade gekommen. Nein. Unser Haus ist so groß, ich brauche eine extra Türklinge. Ah, nee, Papi ist der Haus. So, kann ich verstehen. Ja, aber um einfach mal wieder Back to the Topic zu gehen, das ist natürlich schade für das Duell. Joah! Aber das können wir dann durch komplexe Algorithmen, die wir mittlerweile auch wieder rumrechnen, wie das Ergebnis ausgegangen wäre. Ganz wichtig ist natürlich, wir nehmen das natürlich auch irgendwo mit für Horizon 4 und wir wissen halt, in Horizon 4 wird es viele Offroad-Fahrzeuge und vor allem SUVs geben. Und SUVs sind ja natürlich bekannt in erster Linie für, das steckt ja auch im Namen, super Untergrund-Vehikel, ja, die sind dafür ganz klar gemacht, auch so Offroad-Sachen zu fahren und deswegen müssen wir natürlich auch solche Fahrtsteigungen mit reinbringen, also das machen die SUVs ja auch keinen Sinn, in diesen ganzen Vergleichen. Also aktuell muss ich sagen, für jeden, der sich mal ein Ford GT kaufen will, eins an Investitionen, also ihr könnt auf jeden Fall bei der Dakar mitfahren. Also ich kann sagen, der Gegner des Ford GT überschlägt sich sehr gerne. Das ist schade, aber ich hatte jetzt auch mit dem Camaro ein bisschen Probleme, aber man muss auch sagen, Camaro, gerade wenn man es mit der gelben Lackierung nimmt, hast du ja auch diesen Bumblebee-Effekt, das heißt, du leidest eigentlich wieder auf den Rädern direkt, das ist echt gar nicht, das stimmt. Das ist halt halt schon, guck mal, jetzt wie aus dem Nichts überholen, ich war da mein Gegner. Und dabei jagst noch drei andere Autos in die Luft, gell? Das ist klar, das ist kein Problem, ich kann ja auch, ich kann das Fahrzeug auch per Knopfdruck, also theoretisch könnte man das, aber da ist halt wieder der Punkt, das muss ich jetzt einfach auch nochmal sagen, das ist jetzt der Vergleich hier im Spiel, das hat nichts damit zu tun, wie der Vergleich in Reelife aussehen würde, also wenn ich jetzt in Reelife hier so durch das Bananenfeld geiern würde, würde wahrscheinlich das besser funktionieren, weil wie schon gesagt, oder das, was ich eigentlich sagen möchte, gerade wenn man einen gelben Camaro nimmt mit dem Bumblebee-Ausstattung, dann kannst du den ja auch per Knopfdruck zum halben Panzer ausfahren lassen. Das ist auch schon, habe ich sogar schon gemacht, also ich bin tatsächlich mit meiner Camaro auch schon mal nach Australien gefahren, um durch die Bananenfelder eben zu fahren, weil mich das echt interessiert hat. Achso, cool. Ja, dann hättest du eigentlich mit so einem Camaro jetzt fahren, dann hättest du wirklich den Vergleich ziehen können, wie realistisch dann doch diese Forza Horizon Simulation dann so ist, ne? Das stimmt zwar, aber natürlich der Zufallsgenerator wollte einfach nicht. Stimmt, wenn der Zufallsgenerator sagt, nee, dann ist das natürlich richtig so. Dann ist ja scheiße, klar. Ja, ja. Wie, Ray, könntest du dir vorstellen, mit dem Camaro auch die Polizei abzuhängen im Bananenfeld? Schwierig. Schwierig, muss ich sagen. Aber so einen Test haben wir eigentlich noch nicht, So ein quasi, so ein... Also in echt hat das Flugzeug welches Fahrzeug ist das bessere Flugball? Da müssen wir eigentlich mal auch als neues... neue Kategorie einführen. Ich hab mich bisher auf drei von fünf Brampen überschlagen. Jep. Nicht von fünf von drei. Ich hab mich schon dreimal weggelegt und zwei Checkpoint verpasst. Ja, fliege gar nicht. Österreicher unter den ersten drei. Ich hab gerade den Ford GT, also den neuen Ford GT überholt. Also wir haben den neuen Ford GT dabei. Ja, der gehört halt, sollte eigentlich noch ein bisschen härter aufgestimmt werden, finde ich. Boah, da ist mein Gegner. Also ich merke vom Shelby auch den Allrad an. Oder wer liebt? Jetzt wird's kein Modell. Jetzt fährt aber gar kein Ford Shelby Raptor Ding mit. Ford Shelby geht hier mit 100 Banner wahrscheinlich. Achso, ja. Ja, der hat keinen Fehler. Das wusste ich so glaube ich nicht. Nee, fühlt sich so an. Aber fährt halt so vom Trip-Niveau, ne? Ja. Hat mich auch schon manchmal verarscht bei meinen Fahrzeugen im Spiel. Aber dann merkst du halt wieder genau, dass wir sie angesprochen haben. Es ist halt dann dort doch nur ein Spiel und nicht Relive. Also ich muss auch echt sagen, der Gegner, das Ford GT, der fährt sich auch so bei Allrad hätte. Ja. Aber, ja, ne? krass. Das fühlt sich halt so an, aber was ist das eigentlich nicht so? Das ist halt, wenn du so Supersportwagen, die haben halt Trip. Ja. Also der auch im Auflaufen. Vor allem der Diffusor, der sich Equivalenz und Flügel bewegt, ähm, der hilft da schon. Aber man muss ja auch eins sagen, ich bin ja nur ein Platz hinter Way, also passt das bei uns, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, euer Duell war es super. Bin da jetzt auch cool, da habe ich es super. Hey, bessere Rundenzeit. Ja, gibt natürlich doppelte Punkte, ne? Jetzt wieder hab vergessen zu sagen, aber das ist natürlich auch ganz wichtig hier. Ach, scheiße. Soll doch einer sagen, dass das Dax hier nicht drin mitmachen kann. Tatsächlich hat er Londoner beeilt. So, als nächstes ähm, kommt glaube ich der, das richtige Rundkursrennen dran, also das, was man schon kennt. Weißt du, aber was ich, weißt du, was ich sehr, sehr viele auch wünschen? Das haben wir jetzt so vorher gar nicht abgesprochen, aber sehr, sehr viele sagen ja immer, wir sollen mal die Fahrzeuge wirklich extrem testen und eine Runde Goliath fahren. Nicht wahr? Ich bin da mal eine Runde essen. Ja, das stimmt, Goliath ist ja immer das, was, ja, denn wenn ein Wagen auf Goliath schnell ist, dann ist es überall schnell. Richtig. Wie auf der Nordschlef. Genau. Korrekt. Absolut. Da sind wir auch wieder bei der Theorie mit zwei Sekunden. Oh, schmeiß weg, ne? Da der Controller, glaube ich. Ich glaube, uns fehlen gerade ein paar Leute. Ne, wir sind glaube ich vollzählig. Nein, das ist nur 10, zwei ist noch raus. Ja, mein Fahrzeug ist gerade abgestürzt. Aber wir können das nachrechnen durch unseren Hochrechnungsalgorithmus, den wir jetzt dank einiger User haben, der uns dann einfach auch direkt sagt, wie das Duell dann ausgegangen wäre. Also eigentlich müssten wir die Rennen gar nicht fahren. Eigentlich nicht, aber wir wollen ja den Leuten ein bisschen was zeigen, ein bisschen Unterhaltung. Außerdem kommt ja der Faktor Fahrer noch dazu. Ja, Zufall. Eigentlich wird es ja eh so gemacht. Ja, macht ja auch ein bisschen was. Weil ich ja eh nicht genug für diese ganzen Duelle mache, haben wir vorher noch gesagt, dass ich dann einfach die ganzen Rennen nochmal fahre und rate die Ergebnisse gebe. Ah, okay. Mit den jeweiligen Fahrzeugen. Ja, und gleichen das dann mit dem Auto. Genau. Und man geht hier 500 bis jetzt nicht. Aber das klingt jetzt alles viel zu kompliziert, Leute. Guckt euch das einfach an, wie geil es ist, wie knapp es jedes Mal bis jetzt war. Und, ähm, ja, könnt ihr euch auf jeden Fall mega drauf freuen. Und lasst einfach die Unterhaltung muss an erster Stelle stehen. Aber ihr könnt euch sicher sein, ihr müsst euch jetzt gar keine Gedanken eigentlich mehr drüber machen. Macht das überhaupt Sinn? Würdest es ein besseres Duell geben? Nee, keinen Fall. Doch für die nächsten Duelle, oder? Das sind wir da nicht immer die Zuschauer. Ich arbeite, äh, ja, aber wir haben die besten Duelle bei alle gegen Ford jetzt dabei. Klar, natürlich gibt es noch alle gegen, äh, gegen Abarth und so weiter, aber, äh, das ist natürlich was anderes. Und das Ganze kam ja auch noch auf die Markenduelle übertragen, weißt du, Bentley gegen Jaguar. Da arbeite ich aktuell auch dran. Komm, arbeite sie dran, du hast ja die letzten schon VW-Vehton gegen Bentley. Ich versuche ja, bei mir fahre alle durch die Luft. Das ist ein wertes Gas. Bei mir fliegen bei euch auch alle durch die Luft. Bei mir fliegen alle durch die Luft. Geil. Oh, ciao, bis zum nächsten Mal. Und das war's. Ja, okay, das war das kürzeste Goleath-Rennen, was wir, äh, je hatten, glaub ich. Also, bei mir war ich auf dem ersten Platz da rechnen. Ja, aber am Ende auch, ja. Am Ende bei mir auch. So knapp ist es sogar, dass jeder es schon, äh, gewinnen könnte. Jedes Auto ist Strand, hau ich, ne? Haben wir das schon mal geteilt. Ja, das hätten wir mal ein bisschen abgeführt. Ja, das ist auf jeden Fall... Also, das Rennen geht natürlich weiter, wir fahren Offscreen weiter, und jeder sagt dann seine Runde. Im Prinzip war das jetzt eigentlich nur der Vergleich, falls wir am Strand ein illegales Tuning-Treff machen mit diesem Fahrzeug. Da kommt die Polizei auf einmal. Wie schnell können wir abhauen? Ja, aber zum Glücksten fahren wir ja alles Serie, weil das ist ja ein Serien-Vergleich. Genau. Wir können ja mal einen Tuning-Vergleich machen. Das gab's schon mal am Anfang, aber das kam dann leider nicht so gut an. Und wie gesagt, wir passen uns ja der Community an und vor allem unseren größten Kritikern müssen wir uns auf jeden Fall Tag für Tag aufs Neue müssen wir denen natürlich dann sagen, ja, wie's richtig geht. Bzw. von ihnen sagen lassen, wie's richtig geht und das dann auch umsetzen, weil die haben nämlich die Weisheit mit Löffeln gefressen. Deswegen müssen wir das auch machen. Ja, ich trete mal wieder bei. Ja, wenn mir geht's auch wieder. Aber es ist ja... Also nicht, dass es falsch rüberkommt oder so. Das ist super, dass wir solche Kritiker einfach haben, die das einfach mega in Frage stellen alles und und wissen, wie's richtig geht. Nur so können wir dieses Format ständig verbessern. Es ist ja auch vollständig Kritik, gell? Muss man ja auch sagen. Genau, es wird ja mit vernünftigen Argumenten auch untermauert. Es untermauert, das richtige Wort. Verstärkt. Untermalt. Untermalt, ja. Das kannst du auch untermauern. Ich hab auch keine Sorge mehr. Nun darf ich damit hier. Sorry. Was passiert? So. Dann probieren wir das jetzt auch einfach nochmal hier. Ist ja eh besser, wenn wir nochmal neu steigen. Das hat man auch beim Track Race gesehen. Da kamen auch ganz andere Ergebnisse raus. Ja. Ich bin noch auf Start verpatzt. Deswegen, ach, gucken wir jetzt einmal mal. Waren wir noch kurz, bis der Second da ist. Ja, ich bin wieder da. Synchronisiere gerade noch. Ja, ja. Da waren wir gerade mal noch. Das kann ja, wie gesagt, immer unterschiedlich. Ich war nur halt gerade kurz weg, weil mich ein anderer Kunde angerufen hat, der wollte schnell nach Byron Bay gebracht werden. Hab ich das einmal kurz gemacht. Ah, okay. Verständlich. Tut mir leid, dass ich deswegen unterbrechen musste, aber das Geld ist wegen. Mach ich sowas halt. Kannst du den Sprit nicht leisten hier im Rennen. Das ist halt echt teuer. Was für ein Verbrauch. V8 und Heckantrieb. Ja, vor allem der Heckantrieb verbraucht extrem. Ja. Der verbraucht so viel. Ja, natürlich, weil als Taxifahrer, wo du verdienst ja am meisten Geld, wenn du ein Burnout machst. Ja. Das ist ja auch viel, was viele ja auch nicht wissen ist ja, wenn du an eine Tankstelle fährst, ja, da haben sich ja viele, denke ich schon mal, auch vielleicht die jüngeren Zuschauer schon gefragt, da gibt es ja quasi Zapfsäulen, die sich wiederholen. Also du hast quasi vorne eine Zapfsäule und da stehen da fünf oder vier verschiedene, je nachdem und dann davor nochmal und je nach Tankstelle gibt es das halt mehrfach oder vier, achtmal oder so. Aber in der Regel ist es immer so, es gibt vorne eine, so eine Aufreihung und hinten eine Aufreihung. Im Prinzip ist das ganz einfach. Vorne ist für die Allradfahrzeuge, ja, weil die entsprechend auch anders verbrauchen, die wie mit Heck. Und dementsprechend ist das Durchflussvolumen auch anders, deswegen ist es halt so. Und bekanntlich ist auch, dass die Allradfahrzeuge ja besser auch beschleunigen können, deswegen müssen die vorne tanken. Deswegen, also da musst du schon aufpassen, gerade als Fahranfänger kann es dir schon mal passieren, dass du halt mit deinem Allrad ausüblich auf den vorderen Säulen stehst und so und da wirst du schon mal belächeln. Aber wie gesagt, wir helfen da natürlich auch gerne in solchen Formaten unseren Bildungsauftrag ein bisschen zu erfüllen. Ich erinnere mich auch, wie ich damals eben in Australien war mit meiner Camaro, um durch die Bananenfelder zu jagen. Bin ich vorher kurz an die Tankstelle gefahren und hab mich halt vorne hingestellt. Ja, das ist ja klar. Und jeder weiß, in Australien Camaro gibt es nicht mehr ein Rad. Richtig. Und dann war das halt wirklich so, dass die Leute mich komplett dumm angeschaut haben. Ja klar. Und du wirst nicht mal warum, ne? Aber so ein Fahranfänger mit Camaro mit Bumblebee Edition ist halt immer so eine Sache. Aber der Neustart war tatsächlich schon relevant, weil die ist auch wirklich so gut weggekommen. Ja, ich bin super weggekommen. Ja, ich kann auch nicht mehr mitnehmen. Ja, das ist nur für den neuen vollen Tank. Problem ist halt gerade eben beim Sand, da hat der Heckantrieb wieder so total viel verbraucht. Ich weiß nicht genau, ob mein Tank das aushalten wird. Musst du halt im Outback tanken gehen. Erstmal Diesel tanken, weil es da nichts anderes gibt. Was ich halt in meinem Augen an meinen Notwerten will, ist, ich finde das wäre nicht so toll, dass wir alle mit V8 und so fährt und so nicht an die Umwelt denken. Also das ist auch generell mal Also das ist auch gut gefahren. Also das ist sehr eco. Also das finde ich wirklich alle, kauft es euch ein Fortgetipp. Der kostet war ein bisschen, gell, aber ihr habt dann das Gewissen, dass hier was viel Umwelt gibt. Ja, da stehen zwei eco drauf, aber im gewissen Sinne ist ja so, am besten nimmst du eigentlich ein V12, weil nicht die Anzahl der Zylinder gibt ja eigentlich an, wie viel oder wie viel Abgase rausgehauen werden, sondern immer der Hubraum pro Zylinder. Und da ist halt bei V12-Motoren in der Regel so, dass die Anzahl des Hubraumes pro Zylinder meistens geringer ist. Ich bin jetzt extra von meinem komplett schmutzigen und manipulierten 1,6 Liter Golf auf eben diesen komplett sauberen 6,2 Liter V8 von der Kamera umgestiegen. Und seither fühle ich mich besser. Ja, das glaube ich dir auch. Fährst du ruhig einen Wald und hast das Gefühl, jawohl, den Bäumen helfe ich gerade, weil die CO2 brauen die ja auch und dann haust du den raus. Und vor allem das allergeilste ist, ich muss nicht mal Angst haben, dass auf einmal ein Tier vor mein Auto springt, weil die kommen gar nicht an. Die hören schon, dass da ein sauberes Fahrzeug kommt und dann wissen die, ach Mensch, das brauche ich gar nicht kaputt machen. Flyer, ich fühle mich gerade von hier gemobbt. Ich finde es aber wieder echt krass, wie knapp das Duell zwischen Shelby und Camaro ist die ganze Zeit wieder ziemlich nicht, also gar nicht ganz, aber schon ziemlich Kopf an Kopf muss ich sagen. In jeder Kurve könnte es theoretisch anders aussehen. Klingt wie eine Klette an dir, ne? Ja, ist echt krass. Ich muss sagen, also das Duell zwischen dem Diabolo und dem Mustang ist auch sehr knapp. Aber ich glaube, ich möchte bitte noch mal einen Drag Race haben, weil die ersten zwei Dünge waren nicht gut von mir. Wollte ich gerade sagen. Aber damit wir nicht so viel Zeit verlieren, halten wir einfach alle mal bei der Tankstelle mal an, dass wir das einfach mal durchziehen können. Aber nicht zu lange stehen bleiben, sonst werdet ihr rausgeworfen. Ja, aber es ist mega spannend. Das ist auch geil bei diesen neuen Duellen. Wir gucken jetzt auch ein bisschen Duell übergreifen. Es wurde ja auch immer so angemengt, ja, immer so langsam mitfahren, so langweilig und so. Deswegen können alle schlagen. Das ist eigentlich so nicht nur alle gegen vor Ort, das ist eigentlich alle gegen alle auch so ein bisschen. Das ist halt auch geil. Deswegen so lange bleiben wir da ja nicht stehen. Das ist schon ganz gut. Oh, ich bin vorbeigefahren. Wayne musst du eigentlich irgendwie hochschalten, ich bleib nur in vier, weil fünf und sechs bräucheln wir nicht. Ja, ist auch völlig überbewertet. Deswegen sind ja auch die Spritverbrauchsgänge, diese ganz da oben, die würde ich nie nehmen. Das ist nämlich auch für die Umwelt nicht so geil. Dann fahre ich eben im siebten Sprit. Bei mir fliegen Autos. Ja. Kommt ein Hiwi geflogen. Also für die die bei mir gerade zuschauen und nicht wissen, was sie gerade machen für den Kreis und die Zapfsäule. Das ist so ritual, was man vorher immer machen muss. Damit der Tank leer wird. Genau, weil erst wenn der Tank wirklich leer ist, dann kann man erst auffüllen. Hier auch nochmal als Beispiel, das ist ganz ersichtlich, hier ist Zapfsäule für den Heckantrieb. Und da vorne ist er für den Alva, das erkennt man eigentlich auch sofort. Ganz klar. Also ich starte mal meinen Router neu, weil es funktioniert gerade offensichtlich nicht. Jetzt ist er leer. Der Zeck muss hoch gemocht werden. Wenn man einen rechten Tankdecker hat, muss man auf der linken Seite auch tanken. Also an der Zapfersche stehen. Ja klar, dann kann man halt den Zapfhahn und den Schlauch dahinter halt auch voll raus ziehen. Das ist auch sehr wichtig. dann durch den Schlauch. In Australien wird das angeschildert. Moritz, somit man noch schneller tanken kann, parkt man umeinander. Guck mal, jetzt können wir beide gleichzeitig an einer Zapfsäule. Das ist brutal neue Technik in Australien. Wenn du einen Heckspoiler hast, kannst du den Schlauch einfach oben drauflegen, damit er nicht unten auf den Boden liegt. Jetzt möchte ich mal direkt die Frage stellen, wer erkennt den Fehler? Wer erkennt die beiden, die die Regeln, die wir gerade besprochen haben, nicht erkennen? Ja, also ich sag mal so, Bello nun ist ja, der hat ja schon gesagt, er denkt, dass er ein Allrad hat, weil ist cool, egal, ich würde sagen, es geht los in 3 2 1 GO! Guck mal wer ist bei Grace gewinnt. Ich glaube Moritz hat gewonnen bis zum ersten Checkpoint. Krass. Also da hat sich da was verändert. Ja. Was sieht man auch immer, der Ferrari hat auch Schwächen bzw. mein Gegner hat auch Schwächen. So wieder der E-Bot Kunde angerufen. und der hatte einen EMP im Koffer deswegen war ich einmal kurz weg. mal leid. Ist Alltag. Passiert das jedes Mal. Dann funktioniert mein CV-Funkgerät nicht mehr auf einmal. Der Ray und ich werden gleich weit raus getragen. Da sieht man die Gleichheit der Autos. So das muss auch mal sein. So eine Pirouette zwischendurch. Ja das gibt's style aber die unangerebenen Fahrzeuge haben sich gemobbt gefühlt und dann haben wir es gelassen. dann bauen wir die eben schnell auf Heckantrieb und das machen wir ja auch in echt. Das stimmt. Ja das gibt's nicht. Mein Auto ist so öko, dass es sich immer wieder gegen den Bäumen stellt. ich kenne ich kenne ich kenne unzählige Millionen Honda Civics mit Heckantrieb. da ist da ist auch immer noch zu mit Heckantrieb. da ist auch immer zu mit Heckantrieb. Persönlich? Ja, da ist der Rüdiger, der Winniebald und der Deadlap, mein Nachbar, der ist ganz cool. Deadlap. Na ja, was viele ja vielleicht noch nicht wussten, Andi ist ja halt ein ziemlicher American-Muscle-Car-Fan und prinzipiell kann er ja mit dem Civic-Motor anfangen, aber da halt es eben diese große Szene der Heck-Umbauten gibt, gibt's natürlich auch genauso eine große Szene, die diese Heck-Umgebauten der Civic ist halt auch mit natürlich mit einem schönen Hemi-Motor versehen und da ist natürlich Andi Feuer und Flamme. Absolut. Also auf eins freue ich mich schon und das sind, dass man durch kleine Bäume in Forza Horizon 4 durchfahren kann. Also wer jetzt, wer da vielleicht auch beitreten möchte, dass einfach mal HCHC googeln, der Honda Civic-Hemi klappt. Ja. Ja. Das ist richtig. Hab ich auch erst nicht geglaubt, weil es echt komisch klingt, aber es ist geil und deswegen haben wir uns eigentlich auch gedacht und ich denke mal, das wird auch viele Kritiker freuen. Und dann werden wir, wenn dann alle gegen Honda kommt, auch tatsächlich den Hemi-Civic dann auch gegen den Dodge Challenge antreten lassen. Absolut. Das muss ja auch sein. Ja, klar. Das sieht nicht aus. Das sieht gut aus. Und des Vergleichs. Gibt's mit Typ. Und vor allem halt auch der Civic dann mit dem Bone Shaker vorne drauf hier so, ne? Mit dem Shaker-Hood oben. Das sieht schon geil aus dann. Ja. Oh ja. Das kriegt ja ne Wheelie-Bar hin. Ich weiß nicht, ob es da Track-Variante gibt mit ne Wheelie-Bar. Äh, eine. Eine gibt's tatsächlich. Krass. Die Brady-Bar, die hat der Grim-Charpe. Und da? Die fährt ja nicht so oft. Ja klar. Logisch. Die Track-Cars. Die kannst du einmal fahren und musst du sie erstmal wieder lange machen. Habe ich noch mal gefragt, hey, ich hätte gerne, wie viel willst du haben? Da hat er gesagt 14 Millionen und da habe ich mir gedacht, na, kauf ich mir lieber was anderes. Ja, das kann ich verstehen. Weil bei 12 hätte man sich das ja noch überlegen können, ja. Ich wäre auch noch vielleicht auf 13 Meter. Ja. Bei 13,5 vielleicht auch nicht, oder? Ne, 13,5 vielleicht. Ne, 13,5 ist schon hart. Oh. Der hätte die Winterreifen für den Winter-Track-Strip schon noch dazulegen müssen, eigentlich. Ja. Der ist ja geil. Rame heißt ja auch, ich habe massive Geldprobleme, also mein Konto ist nicht mehr im neunstädtlichen Bereich. Ja. Das heißt... Ich bin mir da spendigend. Naja, klar, weißt du, diese Camaro mit D-Edition ständig noch aus all den ausfahren. Richtig. Die ganzen Bananenbauern, sie wollen dann auf einmal um mehr Geld haben. Und ja, das ist ja nicht immer so einfach. Die sagen dauerhaft, dass wir uns sachbeschädigen wollen. Aber... Nein. Der muss halt nachts einmal aufs Klo. Es ist ja normal, dass der Garage einfach aufsteht. Ach, pisst der den Sprit dann wieder aus, oder warum hat der Kugel? Ja, ich sag halt... Ich sag halt auch einfach mal... Ganz, ganz ehrlich, Leute, ja? Die düngen doch auch ihre Bananen mit Kuhscheiße, ja? Ob das jetzt Kuhscheiße ist, oder Bambi, die pisst es so scheiße. Aber deswegen verbraucht der Camaro so viel Sprit. Ja, da... Aber da müssen wir... Hey, 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 hey. Ich glaube, ob's mit dir geht. Aber da muss der Ration... Ja, eigentlich ist das von der... Von der S-Regierung streng geheim. Aber ich dachte mir, euch kann ich's ja erzählen. Ihr seid eine kleine Gruppe, der ich vertrauen kann. Von daher... Ich weiß gar nicht, ob's mittlerweile auch Windeln gibt, dass du den Sprit einfach wieder abzapfen kannst, der da rauskommt, ne? Äh, ich arbeite dran. Na ja, ich bin auch nur so weit hinten, weil ich schon wieder abzapfen musste. Bis fort, PT. Da ringst du dir einfach aus... ...dann... ...hörst du weiter. Ja, schade, dass man nicht von allen die Sichten hat, weil so spannend wie die Duelle jetzt sind... ...und das tut das ganze Kohl hier drin hinweg. Ja. Aber es wär schon... Also ich muss auch recht sagen, ich hab schon Panik eigentlich. Nach jeder Kurve denk ich mir, scheiß, gleich ist er da. Ja. Ja eben, du bist eigentlich... ...du zwingst dich fast schon immer, noch später den Bremspunkt zu setzen. Ja. Du siehst ja bestimmt, ähm, Trapboos, oder? Mit seinem Lamborghini. Äh, ja, natürlich. Ich klicke direkt dahinter, also ein viel und du bist weg. Also Trapboos, der war direkt hinter mir. Was wären's gewesen sein? Zwei Meter? Vielleicht drei? Er ist auch gleich gefinisht. Ja, und wann hatten wir das schon mal, dass ein Rennen... äh, trotz dieser unglaublich vielen verschiedenen Klassen, äh, innerhalb von 30 Sekunden aber trotzdem geändert hat. Und das auf diese lange Distanz. Ja, also das ist schon krass. Dass wir wirklich's geschafft haben, äh, dass selbst der letzte das Rennen dann... ...maximal 30 Sekunden später beendet. Also... Ja, ja. Schon krass. Ich war auch immer richtig, richtig nah am Fokus dran. Das war immer echt eng. Das ist richtig, richtig spannend geworden. Aber wie... Und überhaupt die Endzeiten, die Endzeiten sind... Ja, die Endzeiten sind mega, mega zusammen. Ja. Weil ich hab bei Omas Haus nochmal die Reifen gewechselt, weil meine anderen waren zu abgefahren. Also, zu viele Burnouts. Das ist aber nicht gut. Bist du auch Taxifahrer? Nee, aber ich selber hab nen Burnout und deswegen mach ich Burnouts. So, last but not least, das haben wir natürlich beibehalten, das wollten alle auch immer weiterhin noch beibehalten. Und wir kommen natürlich jetzt zum großen Finale. Ähm... Ja, Preisvergleich in dem Sinne. Wie gesagt, den werden wir dann das nächste Mal beim Track Race mit einbauen. Aber so macht der keinen Sinn. Ist zu langweilig. Zumal man auch dazu sagen muss, die... Der Preis hier im Spiel ist ja auch nicht deckungsgleich zu den Originalwerten, wie sie auf Ebay zu finden sind. Und deswegen, ähm, macht das ja auch keinen Sinn. Ist ja unrealistisch. Tragisch. Ja. Das Taxi ist wieder da. Ja. Ja, da waren wir zwischen Zeit und Leute holen. Ach. Hat dein Fahrgast wenigstens bezahlt? Ja, das hat er tatsächlich. Gut. Hm. Ich hoffe, mein Internet bleibt jetzt stabil voll. Ja, das Ding muss man halt dazu sagen, Higi hat halt noch nie so richtig gutes Internet gehabt. Kann er sich. Und durch das neue Format ist halt natürlich eine größere Qualitätsleitung halt, äh, ja, Internetqualitätsaufbau wichtig. Den, den man zum Beispiel in Forza Modus Board 7 ja immer hat, wenn man in Multiplayer geht, diese Qualitätsverbindung. Und, äh, ja, wir haben das jetzt halt, äh, danke mit Zusammenarbeit natürlich auch von Playground, äh, hinbekommen, dass wir diese Qualitätsverbindung für dieses verbesserte Format halt auch jetzt brauchen, ne? Weil, was bringt uns das, wenn, wenn da halt irgendwelche, ja, Paketverluste stattfinden werden im Rennen? Das sind Bruchteile, Tausendstel sind hier entscheidend. Deswegen, deswegen haben wir jetzt auch bessere Server gestellt bekommen, weil vorher haben sie immer gesagt, ne, Leute, mit dem Scheiß, was ihr da macht, wollen wir nichts zu tun haben. Ja. Aber jetzt, wo wir denen endlich mal ein neues Konzept vorgelegt haben, was auch vernünftig funktioniert, haben sie gesagt, okay, ihr kriegt unsere guten Server. Ja. Und das merkt man auch nicht, und das sind Gefühlt nie, äh, vom Server oder so. Nein, das läuft superfristig heute. Oh. Ja. Ja, wir holen uns an. Ja, wir holen uns an. Ja, wir holen uns an. Und da ich auch schneller bin als Rage, darf ich finden, damit er eine größere Chance hat, ne? Genau. Logisch. Bitte nicht vom Check-Kobik. Oh. 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 Was ist hier... Aber ich muss auch echt nochmal sagen, an die Person, insbesondere, also, viele Duelle, die wir heute sehen, sind ja auch unter anderem auch dadurch entstanden, weil wir eben halt darauf hingewiesen wurden, warum wir nicht diese Duelle schon viel eher gemacht hätten, oder wie sie es überhaupt nicht gemacht haben. Jetzt haben wir sie natürlich gemacht. Gerade auch nochmal beim Duell Ford GT gegen den Ferrari LaFerrari muss ich jetzt einfach halt auch nochmal sagen, danke auf jeden Fall für den Hinweis, dass uns die Augen da geöffnet wurden, dass die zwei gegeneinander antreten müssen. Danke auch nochmal an der Stelle an die ganzen Personen, die gesagt haben, hey, pass mal auf, Shelby 350R passt nicht gegen Camaro ZL1. Es muss schon der GT500, also die vorherige Generation sein. Das macht einfach viel, viel mehr Sinn. Auch natürlich Dankeschön an die ganzen Leute, die gesagt haben, hey, auch wenn es alle gegen Ford heißt, dass man trotzdem Ford als Gegner noch nehmen kann, finde ich auch. Also es war auch sehr, sehr wichtig, dass wir das machen. Genauso auch, dass ein Limo einer ganz anderen Epoche gegen ein moderneres Coupé antreten kann, nur einfach mit der Argumentation, hey, Heikantrieb V8, dass das auch zusammenpasst. Das fand ich auch. Danke auf jeden Fall an diese ganzen Vorschläge. Oder auch, dass natürlich sowas wie ein Civic-Ging-Focus RS ist. Das ist ja super spannend, das ist ein mega wichtiges Duell, unabhängig davon, dass der E weit auseinanderliegt. Das geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass es halt passt. Schlussendlich, das ist halt das Duell, was Sinn ergibt. und das Eines, der nur in Zahlen wird, der ist im Teil nichts aussagen. Deswegen, auf jeden Fall, es geht mega geil. dass ich das auch toll finde, dass du generell jetzt die Zeit einfach alles so neu machst, auch die Spielspin jetzt letzte Woche ist neu und jetzt oder diese Woche diese ganze Duell, dass du auch viel mit deinen Zuschauern machst. Das muss man auch wirklich sagen. Ja, gut so, das ist wie schon gesagt, dass da Kritik kommt, dass da die auch wirklich Hand und Füße hat und dass man die auch wirklich so umsetzen muss. Ganz ehrlich, warum muss man sich selbst Gedanken machen? Wenn man doch da mittlerweile 70.000 Leute hat, die sich Gedanken machen können, da kann es einfach ein viel besseres rumkommen. Nein, das stimmt. Nein, nein, nein. Wer möchte den Web-Video-Price in der Community-Sterge machen? In der Community-Award, ja. Ja, nee, eigentlich nicht. Aber mir ist es schon wichtig, dass die Formate geil sind, dass die Unterhaltung stimmt und klar, dass solche Vergleiche halt vor allem auch Sinn ergeben. Und ich denke, dass es auf jeden Fall damit schon mal gut gelungen. Was natürlich als nächstes kommt, das ist auch ganz klar, das hat jetzt nichts natürlich mit diesen Duellen zu tun, aber selbstverständlich dann Cops vs. Razer Most Wanted auf Hot Wheels, auf der Hot Wheels, auf Riltopia, weil das ist, glaube ich, auch ein Format, was man über Stunden hinweg auch machen kann, weil, ja, das ist einfach perfekt. Die Location da, gerade mit dem Simulationsschaden, die Autos, die reagieren richtig geil mit den Sprüngen und mit den Banden und mit den Loopings und so. Man muss ja sagen, im Endeffekt ist es ja nur, es macht es ja nur leichter, weil der Razer kann ja nicht Offroad fahren. Ja. Also es ist eigentlich besser. Genau, die Spur ist vorgegeben, das ist das Geile dran, also deswegen, das könnt ihr auf jeden Fall auch bald erwarten, aber man muss sagen, auch wenn es so geil war und so viel Spaß gemacht hat, dann steigt doch einfach nur die Vorfreude auf den nächsten Teil. Das soll es nämlich jetzt tatsächlich schon gewesen sein, mit dieser Ausgabe hier, mit alle gegen Ford, in dieser tollen Ausgabe hier, sehen wir auch nochmal gerade den LaFerrari, der das ganze, die ganze Folge hier wirklich sehr, sehr, sehr gut unterwegs war gegen den Ford GT, wie schon erwähnt, sehr, sehr geiles Duell. Ja, natürlich, wie immer, bei diesen ganzen Duell-Geschichten ist das Endergebnis in der Videobeschreibung, wobei eigentlich, ich glaube, da muss man gar nicht groß überlegen, das Ding ist unentschieden ausgegangen, das war so ausgeglichen, also ich habe den Kopf mal ein bisschen mit das Überschlagen, aber ja, ich rechne es trotzdem nochmal nach natürlich, guck einfach mal nach. Ich weiß es natürlich, es steht 2020. Ja, das ist natürlich super. Ja, das ist natürlich geil. Ja gut Leute, dann vielen Dank fürs Mitmachen, und vielen Dank nochmal an die ganzen Kritiker und Leute, die da einfach ein bisschen mehr Ahnung haben. Deswegen, ja, schlagt weiterhin so gute Sachen vor, dann gibt es weiterhin so geile Duelle, wie es heute war und dann würde ich einfach mal sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Auf Wiedersehen. Boah, ich glaube, das war geil, oder? Das war richtig gut. Ja, an der Stelle, an den Leuten, die noch dran sind und an die Leute, die selbstverständlich, ich denke, spätestens nach fünf Minuten oder wie wir auch schon gesagt haben, spätestens nach dem The Crew Gag, sollte man es eigentlich kapiert haben. Also die Folge heute war natürlich eine völlige Ironie und natürlich völlig auf die Schippe genommen, was da zum Teil in den Kommentaren geschrieben wurde. Vorweg muss ich nochmal sagen, also das war schon ernst gemeint, dass wenn ihr Vorschläge bringt, das finde ich gut, dass ihr da mitdenkt, dass ihr da Ideen einbringt, aber es gibt halt echt solche Fälle, wo Leute Sachen vorschlagen und felsenfest und überzeugt sind, dass dieses Duell so sein muss und dass wir es falsch gemacht haben und genau den Leuten gegenüber haben wir gesagt, komm, wisst ihr was, jetzt kriegt ihr einfach mal so eine Folge, wo wir genau diese Duelle machen, die ihr euch immer wünscht, wie zum Beispiel Ford GT gegen LaFerrari. Ganz klar nochmal an der Stelle, das macht überhaupt keinen Sinn, die Gegeneinander andrehen zu lassen. Das eine ist ein Supersportwagen mit knapp 600 PS, das andere ist ein Hybrid-Hypercar mit fast 1000 PS. Das passt überhaupt nicht von der Konzeption zusammen und vieles andere passt nicht zusammen aus vielen verschiedenen Gründen und deswegen will ich ja an der Stelle auch nochmal sagen, Andi hat bis jetzt immer, wie ich finde, einen riesen Job gemacht, hat sich wirklich viele Gedanken immer gemacht bei den Duellen, dass die Sinn machen und klar, auf den ersten Blick denkt man vielleicht, hm, macht das und jenes nicht vielleicht sogar mehr Sinn und es ist ja auch richtig so, dass man danach hakt und einfach mal nachfragt, aber ich finde es dann immer sehr, sehr schade, dass zum Teil auch Andi, von manchen, das sind ganz wenige Personen, aber dass dann Andi oder auch wir generell oder auch ich generell dann angegangen werden, warum man, wieso man dieses und jenes Duell nicht gemacht hat und genau deswegen einfach mal an die Leute, die, ich sage es jetzt einfach, wie es ist, diesen Klugscheißer-Modus immer ein bisschen anhaben, haben wir jetzt einfach mal diese Folge gemacht und mich würde es ja interessieren, wie viel von euch jetzt so nach ein paar Minuten, weil es ja irgendwie so gang gebe, ich schreibe einen Kommentar, obwohl ich noch gar nicht die ganze Folge gesehen habe, hingeschrieben habe, hey, das macht gar keinen Sinn, aber die Duelle stimmen nicht, mal gucken, wie viele es gemacht haben, ich denke, viele werden ihre Kommentare jetzt nochmal überarbeiten oder sogar löschen, deswegen jetzt am Ende, aber ja, dieser Gag, dieser Spaß muss jetzt einfach mal sein, dass wir einfach mal so ein völliger Unsinn machen und ich glaube, man hat es eigentlich über die Dauer auch gemerkt, wenn man es nicht gemerkt hat, dann, ja, es hat man, es ist immer sehr gut leichtgläubig. Was ich an der Stelle auch was sagen muss, ich habe es ja bei mir schon mal erwähnt, tatsächlich, ich werde irgendwann mal, wenn ich die Zeit finde, einfach mal so den kompletten Vorgang vom Erschaffen eines Markenduell oder alle gegen einen aufnehmen, damit ihr halt auch vielleicht einfach mal seht, was das für ein Aufwand ist, weil das unterschätzen verdammt viele, denke ich. Ja, natürlich. Also ich gehe nicht einfach hin und sage, okay, ich habe jetzt zehn Minuten Zeit und dann mache ich mal was, nee, das geht teilweise wirklich über Stunden im zweistelligen Bereich. Ja, klar. Der hat teilweise wirklich den ganzen Tag im Teamspeak da oben in dem Arbeitszimmer drin. Und guckt sich Hornos an, was? Das mache ich nebenbei als Motivation. Ja, klar, selbstverständlich. Nee, gut, wir wollen es nicht so lange treiben, ich glaube, der Spaß sollte eigentlich klar sein, für was die Folge da war. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann ein echtes Alle gegen Ford noch machen werden, vielleicht dann auch erst in Horizon 4, aber ja, das alles sollte Spaß sein, genauso diese Anspielung am Ende mit Cops vs. Racer auf, ja, Trilltobia. Man muss halt manchmal, manchmal klingen Sachen cool, aber man muss halt auch immer bedenken, man muss ein Format füllen können und genau deswegen Cops vs. Racer Most Wanted auf Trilltobia oder beziehungsweise Hot Wheels macht keinen Sinn, weil das ist spätestens nach fünf Minuten wäre das vorbei, weil man macht ein, zwei Sprünge, dann ist das Auto total schaden, also macht in dem Sinn keinen Sinn. Vielen Dank trotzdem, ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß. Ich denke, die, die frühzeitig diesen Gag, diese Ironie verstanden haben, die haben, glaube ich, sehr viel Spaß damit gehabt, was für Bullshit wir doch gelabert haben. Ich finde, vor allem fand ich das auch sehr cool, wie wir uns doch die sehr dummen Sprüche und dummen Ideen zugespielt haben und immer noch versucht haben, einen draufzusetzen. Also ich habe mich köstlich aber sichert und ich glaube, viele von uns mussten sich das Lachen echt verkneifen zwischen den Trollen. Also wer es gecheckt hat, der, glaube ich, musste kontinuierlich lachen. Ja, und wer es nicht gecheckt hat, hat sich wahrscheinlich nonstop aufgeregt, wie sinnlos diese Duelle durch sind. Vielleicht. Vielleicht hat aber auch der ein oder andere jetzt gedacht, endlich meine Traumduelle, endlich so, wie ich es mir schon immer vorgestellt habe. Ja, wer weiß. Gut, egal. Wir machen jetzt trotzdem Schluss. Vielen, vielen Dank. Morgen gibt es vielleicht nochmal eine Multiplayer-Folge. Ich weiß noch nicht, weil es ist jetzt dann Gamescom-Woche oder weiß nicht, wie es mit der Produktion ausschaut. Ja, wartet es einfach ab. Ich denke aber auf jeden Fall spätestens nächsten Samstag wird es nochmal eine Folge geben. Ich bin jetzt raus an dieser Stelle und wir sind raus, besser gesagt. Und dann irgendwann wieder bei einem normalen Duell irgendwie in irgendeiner Form bist du raus. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Also jetzt endlich auf Wiedersehen. Tschüss.